Ich heiße Siedem Kastrati. Und wie alt bist du? Ich bin 14. Auf welcher Position spielst du? Ich spiele im Sturm. Was waren deine bisherigen Vereine? Der Trussler-Rachstetten und FVL-Rombach. Und wer ist dein Vorbild? Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic. Welche Mannschaft nimmst du bei FIFA? FC Bayern. Was sind deine persönlichen Ziele? Meine persönlichen Ziele sind, weiterzuentwickeln und Fußballer zu werden. Und was sind deine Ziele mit der Mannschaft? Den Klassenerhalt zu schaffen.